Wir sind in dieser Veranstaltung in die Freitagssaison. Das heißt, wir sind alle wieder da, um zu euch attraktive Wettkämpfe auszurichten. Und das machen wir natürlich sehr gerne. Heute haben sich 200 Athleten gemeldet, 200 Starter aus 35 Vereinen. Tolle Geschichte. Ich bin gespannt. Auf dem Nebenplatz wird Hammerdiskuss und Kuh angeboten. Alles andere hier im Stadion. Wir haben eine Cafeteria für euch vorbereitet. Um 11 Uhr geht es los. Wir hoffen um 17 Uhr mit dem Start des 5000 Meter Laufes pünktlich durchzukommen. Ich bin da ganz zuversichtlich. Wir haben ein tolles Team. Ihr seid tollen Athleten. Macht was Schönes draus. Viel Spaß bei den Wettkämpfen und viel Erfolg. Bravo! Wettkämpfung Musik 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 Es ist sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Hey, adieu! Londra! Super! Musik 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 Das sind die Leute die immer Kaffee trinken Musik 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 Ich bin überhaupt nicht da. Ich weiß, ich bin prima mit einem Kamerad. Das ist doch schön. 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 Das ist doch schön.